und dann ganz herzlich willkommen ich hoffe ausgeliehen und schön dass wir dabei sein können heute bei einer neuen gelegen geilen folge hierbei ja nintendo ich habe ich brauche lieben das kann euch gar nicht vorstellen und ich habe einfach so bock was zu machen weil ich war schon die ganze zeit machen aber aber ich konnte halt nicht machen weil ich mich daran gedacht habe und ja es tut mir wirklich sehr leid und das war nämlich dass ich einfach zu wenig speierpass hatte komisch aber okay und jetzt ist es bestimmt auch was ich machen möchte nein das ist vielleicht nicht weil ich habe gesagt habe heute wäre uns in der 3ds demo im 3ds shop meine ich die pokémon still und schwert 8 juni da wird angucken auch wenn es schon sehr lange auch wenn es schon wieder ein alt ist auch wenn es schon wieder im mord alt ist ich habe heute bock auf euch und auch nur eine runde wirklich hier zu socken und halt ein bisschen spaß zu haben ich würde sagen wir gucken uns das video einfach mal an ihr lieben und ich würde sagen viel spaß beim zusehen ihr lieben ich habe bock drauf das glaube genau und habe gute laune auch dabei mir wirklich nur beim werken zu sehen weil ich werde auch versucht echt gut zu werken das glaube genau viel spaß ihr lieben okay mein wegen gerne kein problem alter gerne wo ich habe angst oh mein gott er spiel so gut aus ich habe mir das schon vorgestellt übrigens na alter ich kaufe mir sowas von am am liest gleich zocken sucht mit euch zusammen ich habe bock drauf es dauert noch zwei halbes jahr aber gut einfach dieses geile pokémon sparen ich habe echt auf dieses die unfassbar bock drauf ich geil und das pokémon das 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 ist echt geiler pokémon die gefahren echt gut richtig cool meiner meinung nach also echt geil scheiß alter und diese diese schöne atmosphäre und die ganzen die musik ich möchte leben der welt schön ich liebe einfach das ganz andere spiel so ever und die musik rasse alter ist echt geil und der pb ist auf ihrem start und die da auch und er ist auf ihrem start und er auch cool und den augen start den finde ich gut in den roboter das ist echt geil ich könnte ausleben und das ist das neue nintendo switch spiel das bald auskommen wird von pokémon halt auch ich habe angst aber ich freue mich auch drauf ihr lieben und es gibt auch es gibt wohl auch multiplayer es gibt aber auch wohl im overworld viel gibt es auch habt ihr hört alles klar meinetwegen kein problem jetzt genau hab auch drauf ok sehr schön cool gemacht ich finde diesen zweiter einfach nur krass ich rasse aus ihr lieben es ist einfach nur geil egal das will von diesen fake pikachu wie auch immer besiegt alter egal dass das in den leben geiler scheiß oh mein gott das spiel ist so gut ey ey ich kaufe mir sowas von und jetzt wisst ihr auch ob ich ne kaufe aber welche version kaufe ich mir ich werde es euch jetzt offiziell sagen ich werde mir pokémon schild kaufen und ich werde ich kaufe den pokémon schild so ist das ihr lieben so ist es schild ich bin auf schild seite als als erstes zumindest erst so als das genau ich weiß ich habe euch so lieb ey und die attacken endlich krass oder ja die war echt gut ihr lieben und der ist auch nur habe ich gehört ihr zweiter oder das neue habe ich gehört genau richtig cool cool nicht schlecht ihr lieb nicht schlecht der zweiter war echt immer gut da war ich krass ihr lieben gleich heiß alles klar schön frau wirklich sehr frau wirklich sehr lieben sehr schön die grabe die grabe ist nicht besser als wie sie gerade ist weil sie halt auch von von breiters kommen also nicht von mir lieben mich wundern aber die ep und diese ganzen die ganzen erkunden und die ganzen die ganzen die ganze welt die ganze landschaft ich rasse aus oder die sind so geil ey das ist auch geil gemacht ich habe aus ich kann jetzt das spiel ich bin unbedingt jetzt spiel aber ich kann es nicht spielen oh mann das ist so gut oder ich habe so bock darauf gelieb das wird so ein halb auslösen ich war nicht ich war nicht so doll geil auf pokémon es kommen irgendwie aber dieses spiel das macht mich echt wieder an das mache ich so an die pokémon mon und sonne so an macht wie er so an macht mir einfach ein ist so kalt alter ist echt geil oder egal bei meiner mauer nach schön wie gesagt ich muss auch darauf achten dass ich auch mal hier zuhören kann zuhören kann und auch echt cool die pokémon ach du bist ja du bist wohl der chef habe ich gehört na okay alles klar was ich halt du dinger du dinger du dinger du dinger und wie klar alles klar alles klar und was ist was für ein typ ich glaube ich nehme mal typ pflanze denke ich mal cool das ist echt ein geiles pokémon das würde ich auch in team nehmen wenn es kann dann kein anderes proben geben würde das auch nehmen also wenn es halt geil ist nämlich mal das ist gut okay das ist blumen pokémon alles klar und welcher typ also die sagen nicht welchen typ aber ist egal kein problem okay cool auch nicht so schlecht aber nicht nach mann geschmack hat aber ist egal kein problem das ist so ein laparos 2 habe ich das gefühl wie so ein bisschen er hätte auch gar nicht mehr so schlecht ausgelieben laparos schlecht gar scheiß alter gar scheiß ihr lieben ich liebe einfach dieses spiel okay das ist der order auch geil ist auch ein das ist ein knorrenvogel oder der aussie ist ein flug flug und ein gestein oder stahl oder stahlflug würde ich sagen ich weiß nicht die wir auch im team nehmen wenn es halt so viele pokémon ja aber egal kein problem ist auch genau bock drauf cool schön sehr geil schass egal nicht schlecht erspricht ich werde einfach richtig krass ihr lieben und vielleicht frau vielleicht frage ich einfach jetzt warum es einfach so so wenn dann kommt das liegt nämlich daran dass ich einfach erst so viel rausgefunden hat dass man ja auch auf den nintendo ich auch reagieren kann das vergesst nicht du mein mensch kann man ja kann man ja auch ganz 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 gut machen also im 3d ich habe im 3d ich habe ich habe richtig gut auf jeden fall und das ist der uau ist auch ein geile pokémon typ hier das ja auch wie das hier aus wie käfer flug oder wie käfer gift oder wie käfer pflanze die gar nicht lieben sei halt egal kein problem also was ich weiß ich weiß es ist auch echt gemacht das ist so ein geiles abenteuer ich hatte auch ihr lieben oh der ist auch geil der ist auch geil dieser diesen komischen hund da diesen ich habe jetzt noch ein spurt gelitten also nicht wunderbar so gespurt habe war nicht ein problem also ich weiß ja das ist ja egal kommen und okay alles klar und jetzt gucken was das meint was der meinte da mit diesen dummen hund da diesen mann ich diesen hund den mach ich auch nicht den hatte ich überall den kann ich nicht lieben sorry aber die sind die den quallen pokémon typ da ist okay und der ist ja auch schon mal ein team gehabt also ohne euch hat ihn schon mal ein team gehabt aber ist egal okay das go genau es geht weiter mit der tweede sache jetzt hier ich habe echt ich habe da aus so schön schön ich bin du gerade also ich war schon ich war von anfang an gehabt auf dieses spiel seit februar bei diesen geilen uhr lindlichkeit ich bin auf